Ich bin Helen, ich bin 24 Jahre alt und ich habe jetzt im Sommer meinen Abschluss hier an der Mood Design Schule Manuel Fritz gemacht. Ja, also ich bin auf die Schule aufmerksam geworden, eigentlich übers Internet, weil mir war es wichtig hier im Raum Mannheim oder Rhein-Neckar meine Ausbildung zu machen. Es war schon immer ein großer Traum von mir in der Modeindustrie zu arbeiten, also es war schon immer so ein Ziel und dann habe ich halt geschaut, wie komme ich auf den bestmöglichen Weg dahin. Dass ich jetzt aber an einer Privatschule direkt Modedesigner werde, das hat sich eher so ganz kurz vor knapp ergeben. Ich bin trotzdem mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Mein Lieblingsfach war Modegestaltung, heißt auch Kollektionsplanung, Kollektionsaufbau und halt die Arbeit mit Trendthemen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man sehr selbstständig auch arbeiten konnte und einfach man seinem eigenen Stil sehr treu sein konnte.